Es ist eine der großen Errungenschaften der Menschheit in den letzten 150 Jahren, dass es die Möglichkeit eines Impfschutzes gibt. Und es war überraschend, wie schnell es ging, dass man Impfschutz herstellen konnte gegen Corona. Und es ist gelungen. Und auch in anderen Bereichen, Kinderlähmung, Polio und so weiter. Aber stellen Sie sich vor, man hätte keinen Impfschutz gehabt, dann wären viele, viele Millionen Menschen in den letzten Jahrzehnten umgekommen oder wäre schwer gesundheitlich geschädigt gewesen. Und da wäre es natürlich auch teilweise wichtig, wenn die Menschen dann noch mal mehr Informationen kriegen würden über die Bedeutung von Impfschutz. Das ist teilweise natürlich noch nicht durchgedrungen bei vielen, was das für eine Errungenschaft ist. Über die Reaktion. Es gibt immer unterschiedliche Meinungen, aber ich finde, mit dem klaren Menschenverstand und auch mit der Verantwortung, die man hat gegenüber anderen und sich selber, kann es eigentlich nur eine Entscheidung geben. Und da ist eigentlich nur eine Entscheidung. von mir ist es, da ist es beim Nachbremschutz. Aber es ist ein Sieg,